Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Und obwohl ich als abgehobener Fernsehprominenter natürlich was Besseres bin als Sie, fahre ich manchmal gerne mit der Bahn. Denn an der Bahn ist wirklich alles cool. Die modernen Züge, dass man manchmal Internet- oder sogar Handyempfang hat, die Königsberger Klopse mit Butterreis im Bordrestaurant, die günstigen Ticketpreise und die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klar, manchmal geht auch was schief, aber in der Not ist die Bahn dein Freund und Helfer. Die Bahn rockt und ist wirklich ein saugeiler Verein. Fahren Sie doch auch mal wieder mit der Bahn. Ihr Bahn Böhmerbahn. Bum, dumm, bumm, 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 die Bahn kommt.